Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Road2GM. Wenn es euch gefällt, lasst doch gerne eine Bewertung da. Abonniert den Kanal, um keine weiteren Folgen zu verpassen und viel Spaß mit dem Video. Ich bin mir vor, Road2GM Reaver, als wenn man so krank ist, den morgen gejumpt. Ich bin mir vor, wie der auf euch hingehüpft kommt. Der verlagert einfach sein Gewicht. Nein, 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 besser Leute, er wird so ein Jump-Fit. Wie sie so die Twaiting aus seinem fetten Bauch einfach so draufkippt. Genau. Wenn wir nacken, ziehst du noch hin und es fliehen kann, dass du draufkommst. Ich bin genanot, let's go! Dann bist du genanot und ult gewasted auch mal. Man wird immer, wir haben alle genanot, nur ich will ich. Au, Junge bin ich schnitterig. Nein. Boah! Ja, jetzt werde ich genanot. Ach, fick mich doch, Anna. Links finde ich das ne Moe war. Schöne meine Runde. Ja, schön, beide deine auch, ja. Was sollen sie denn sonst hin? Weiß ich nicht. Also, das fand ich ein bisschen dreist von der Anna, aber da gibt es trotzdem eine Anerkennung. Grad noch so. Anerkennung, krach. Anerkennung, krach. Anerkennung. Schnauze. Klaus? Hilfe Logan Paul, ja. Logan Paul! Logan Paul! Das ist ja richtig geil, so ein Skin für den. Logan Paul! Die Mercy... What the fuck, ist die grad brain-up-k gewesen? Richtiger Bot einfach. Die ist doch reingerannt. Was hat die sich gedacht? Loogan... Oh Gott, was? Ich hab mir diese Körper hier gemacht, wo die sie machen hier getan haben. Kasse. Die sind richtig ungemütlich, aber schau dir die mal an. Bei mir sind da keine, wo du hinsteckst, das ist ein bisschen wahnsinnig. Vielleicht in die Luft, steckt auf den Boden, aber das ist ungemütlich. Oh, der Boden ist auch ungemütlich. Ja, das stimmt. Irgendwie, ich hab mal... Weezer hat ein paar Voicelines, wenn sie... Ey, da ist einer Logan bei denen. Ja. Warnefix hat Mark Logan gesagt. Logan Paul. Weil das klingt, weil das klingt wie Logan Paul. Ja, Mann. Der war von der Logan, stimmt. Ach so. Auf jeden Fall, ähm... Scheiße. Weil doch... Weezer hat ein paar Voicelines, wenn du den Speer triffst, der über 50 Meter lang geflogen ist. Und eine davon hat immer gesagt, so, we hit those. Aber die hab ich nie gehört. Ja, mach mal. Ich hab immer nur Long-Way-Targeting-Meter-Gedl oder Water-Throw. Und ich hör die immer noch nicht, aber halt... Water-Throw. Water-Throw, Herr, Water-Throw. Water-Throw. Nein, Luis. Ich werde nicht auf die Kamera switchen. Hände gegen den Roadway durchs auch nicht. Das Match war doch schön schnell. Ja... Mit Winner noch eine Schnellsuche reinquetscht, ne? Ja, doch 20 Minuten. Ja, 20 Minuten locker, Luis. Locker. Also da... Wenn nicht zwei, Luis. Wenn nicht zwei. Da müssen wir aber ganz schnelle Highlights, gibt ja für maximale Zeit. Das war meine, Luis. Das war meine. Das war meine. Das war meine. Gezirft aus den XP. Lecker. Hater. Wir gehen. Ja, gut. Schnell. Wie denn es gibt. Ja, eigentlich auch Luce zu spielen. Könnt's auch nicht Luce zu spielen. Dann haben wir auch gleich leften durch. Es soll ja schnell gehen. Rortog, mehrere Headshots in seiner Fresse bekommen. Mehrere Messer in Luzig. Sehr schmerzhaft. Rortog won. Achten im Plus. Green. Guck mal den Boden hier drin an. WTF? Dieser Raum ist ja komplett marakiert worden. Äh, Sim, Sim TP hinter uns. Die ist ja schlimmer wie den Keglern. Was hat euch der Mercy getan, Luca, dass die nur Leonard pocketet? Und mich? Weiß ich auch nicht. Die hasst mich. Aber ich überlebe trotzdem. Von dem her ist es mir egal, ob ich den Tod. Das musste jetzt passieren. Das ging nicht anders. Luca, du bist lau. Und die Leute in diesen Drachen wieder rein zu pushen, ist gut geil. Ja, schau mal. Also wirklich. Dicker. Oh, nee. Ich wollte es jetzt mir nicht öffnen. Egal. Ist auch. Das war's. Das war's. Das war's. Was, hat es der ihr geplant? Hat er gedacht kommen? DPS, Moira. DPS, Moira. Oh, nice. Demans Bastion. Das ist so typisch. Es ging schnell der Schritt. Okay, Luca hat das B 회mer noch nichts gesagt. Oder gut. Ja, ich musste mich kurz zu deren Spawn teleportieren und hab mich angeschlichen von hinten. Und wenn du redest... Aber die hören dich auch. Also wenn du... Wir müssen hören dich. Egal. Das versteht der Junge nicht. Na, Luca nimmt das sehr ernst. Wer hat das geschrieben? Oh, die Kiriko. Doch, möge sie das anders. What Hanse? Weil der Hanse like this und der schreibt like what. Komm. Ne, ich hab beide gepumpt. Monke und Ding. Lucky Shots XD. Haha. Einfach louis. Ich lache immer. Hasn't seen the light of day. Damn, Bro. Wollen wir mal so Salt? Das war auch schon mal ne zweite Runde heute, also. Okay. Das versteh ich nicht. Ich bin verhört. Marc schreibt deine 500 Stunden sehen das anders. Ich mag es. Ich mag es. Es ist physisch unmöglich, dass er was anderes aufs Land soll. Baby once. Baby once. Baby once. Oder es ist so jokehaft untertrieben. Weil man sieht, dass du ein Hanse mailen willst. Ich versteh nicht ganz auf was Dog Milk aussagen will. Ja. Und wir haben die Ron. Oh, ich bin tot. Gutes Timing. Dog Milk kriegt keine Anerkennung. Ich hab nicht verstanden worauf der hinaus wollte. Ich auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich hab trotzdem ne Anerkennung gekriegt. Anerkennung. Also ich versteh jetzt nicht worauf der hinaus wollte. Ich bin nur einen Rang aufgestiegen. Ah, das sind Babys hab ich eigentlich. Hab ich lange nachgefragt. Ich bin gar nicht aufgestiegen nur das letztes Mal. Ja gut. Das nervt. Oh, ich muss jemandem Danke sagen. Ja, es ist immer schön, dass ich mal bedankst. Aber nö. Aber nö. Du musst auch Danke sagen. Zeigt ja auch wie selten. Und wieder. Wie oft kommt denn die Scheiß-Man? Zu oft. Ah, 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 ah. Puga. Hu, da. Hilfe. Was denn jetzt los. Ich hörst du vor wie ist kapett. Ich hab doch gar nicht, ich hab doch gar gesagt. Ich hab doch nicht mit mir gesagt. Jörg mir Spard. Ey. Krass, Digga. Ich bin der Sehf. Wir werden get yeah. Nicht gönne. Ich zeig dir so dämlich. Ich dachte auch kurz. Aber ich hab mir gedacht, wer fest. Ich hab grad gar keiner im Chat davor beleidet oder so. Also kann ja nicht sein. Das ist mir aufgefallen, das ist eventuell. Was? Ich hätte es fast gemacht. Alte Wien. Nein, nein, wenn du slash log eigentlich so gelog-outet. Also alle vier. Ah. Das wusste ich nicht. Furry, Furry. Furry, Furry was? Furry Fresh, find ich geschrieben. Als abgekürzt. Keiner hat dich getroffen. Keiner hat dich getroffen. Wie anstrengend das ist. Ich hab dich auch nicht getroffen, dachte ich krieg immer zum Werken. Nice. Ein weiterer Win. Oh, ich bin eingerankt, Leute. Was würds sein? Gold, fünf, vier.